In diesem Video zeige ich dir, wie man kostenlos bei YouTube Musik herunterladen kann. Bleib auf alle Fälle bis zum Ende des Videos dran, damit du keine der wichtigen Schritte verpasst. Zuallererst gehen wir natürlich ganz normal in unseren YouTube Account rein oder loggen uns ein. Und da habe ich hier ganz normal meinen Account. Und dann gehen wir auf YouTube Studio. Nachdem wir darauf geklickt haben, siehst du hier ganz normal dein YouTube Studio. Eben hier kannst du Videos hochladen, Inhalte, eben Analytics, kannst du alles analysieren. Und wir brauchen aber, wenn wir weiter runter scrollen, die Audio Mediathek. Wir klicken da einmal drauf und hier siehst du enorm viele Songs, Soundeffekte etc. Und da kannst du dir eben x-beliebig aussuchen, was du willst. Ich mache jetzt mal ein Beispiel, Lied an. Dann siehst du das hier, das ist jetzt fröhlich. Du kannst eben das Genre und alles drum und dran ändern. Den Titel, die Stimmung. Und dann drückst du einfach nur noch auf Download. Und dann wird das eben heruntergeladen. Und diese Musik kannst du auf alle Fälle unter allen deinen Videos benutzen. Es ist alles kostenlos. Also es ist keine Lizenz in dem Sinne von irgendjemandem. Es ist alles lizenzfrei. Und da kannst du eben auch ganz normal Werbung schalten und dafür auch Geld bekommen. Aber so einfach und so simpel kannst du kostenlos YouTube Musik herunterladen. Und in der Endcard habe ich hier noch einen Megatipp zu YouTube verlinkt. Schau es dir auf alle Fälle an. Und damit sage ich, wir sehen uns gleich im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal.